Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, danket und brach's, und gab es seinen Jüngern und sprach, Himmelt, ässet, das ist mein Neib. Und er nahm den Kelch und danket, gab ihnen Deh und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an von dem Gewächse des Feinstocks nicht mehr trinken, bis an den Tag, dass ich neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. in meines Vaters Reich. Untertitelung des ZDF, 2020